Hier, das braucht erstmal kein Mensch. Das ist eine Goldstück da noch mit. Ich mache nur ein ganz kleines Loch. Wow 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 wow. Gold, jetzt haben wir noch gequagelt. Alles gut, das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Gold. Dann machen wir nichts per Kabut. Dann machen wir eigentlich trotzdem Null. Und dann bei Minus eher. Ich baue hier mal so einen Schacht, da kommen wir mal wieder gut raus. Jetzt sollten wir hier sogar davon absehen, auf Vorrat schon jeweils einen zweiten Mann zu kaufen. Jo. Nice. Eins hab ich gefallen. Das wäre nicht mal geil. So, dann haben wir schon mal ein sicheres Ding. Wir sind jetzt Flutabzug von eurem Korn. Ja, das Sägewerk müsste hier irgendwo. Eigentlich hier. Das wäre gar nicht schlecht. Hm. Vielleicht auch noch tiefer. Auf der Ebene, wo du bist, hätte ich gedacht. Okay. Das ist hier mal so eine Art Schacht, wo man auch immer gut hoch springen kann. So. Dann haben wir sogar von beiden Seiten. Das ist gut, ja. Okay. Oh nein. Oh, fuck. Danke. Internet? Hast du dich? Also passt hier schnell hin? Wisst ihr ja. Die Bäume da durch. Die nehmen die Physik sowieso nichts mehr ans. So cool. Denk dran, dass man sich im Haus heilen kann. Ja, ich bin eigentlich noch gefallen. Das war nur ein ganz kleiner Wumms. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, wir waren das Wegeberg. Wir können hier oben eigentlich das Windkraft-Ding machen. Oh shit. Das ist nicht viel was. Oh Gott, das sieht nur viel aus. Es funktioniert. Ja. Auf dem Weg kann man immer einen Gold Club mitnehmen. Was braucht das Ding nochmal? Zwei Eisen und vier Holz? Jo, ich glaube. Warum läuft der los? Oh, nice. Keine Ahnung. Was hat man wohl von so einer Beförderung? Jetzt habe ich kein Goldstück mitgenommen. Ich glaube mehr HP und so. Er muss jetzt nachgucken, was fehlt. Oh mein Gott. Das sieht ja alles schon mal durchdacht aus. Mhm. Okay, ich werde mal das letzte Metallstück holen. Jupp. Du kannst anders Windradschen mal anfangen. Ja, warum mache ich denn Rällchen drauf? Holz. Du kannst dir vielleicht gleich einen Feuerstein noch mit runter nehmen. Wir haben noch zwei auf dem Lager. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist so friegel. So. Ich will nur noch Steckdose einstecken und dann läuft es. Ich mach das mal mit der Reitung. Oh ne geht noch gar nicht. Du musst ein Holzstück haben. Was? Ein Stück Holz. Du brauchst das Ding nur noch. Okay. 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 Die Versorgung wird gebaut, Skubi. Die Leidungen halten das Haus. Fürs Räuche bei jeder Kante. Und schuldig. So. Wir werden ein bisschen Metall holen. Schurheiz. Oder wenn da nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss jetzt mal die Hype zeigen. So ein bisschen Wasser halten wir ja aus. Hat man noch Gold? 11. Gib schnell aus. Ja. Warte. So willst du denn. Ein Gold. Kann man dafür noch irgendwas kaufen? Nein. Das nicht mal Lehm. Lehmklumpen sind teurer als heute. Jetzt bist du gespawnt und man hat wieder 10 Holz und 5 Metall im Lager. Nice. Also wie? Nicht im Lager, sondern man könnte es kaufen. Also zum Karfen. Zum Hafen? Wie heißt es? Kugel. Ein bisschen Wasser halten wir ja aus. Ich kann es kommen. Ich kann es kommen, ich kann es kommen. Zwei Nullfall. Das war der Heisschwanz. Boah. Ich hab schon wieder fast tödlichen Damage gekriegt. Du musst ja... Du musst mit ähm... Ich muss mich ja mal fallen. Du? Die catchen aber richtig. Skibi sammelt doch Gold. Ich versuche es nicht. Ich muss kurz überlegen wie man das dann fickt. Da war ich ein Schling. Sie kommen! Nun, wer ist der Fisch auf dem Trocknen, hä? Hä?